Also ganz ehrlich, Freunde, ne? Wirklich, ganz ehrlich, meine liebe Sivi-Community, meine YouTube-Community, Facebook, Instagram, sonstige Community, die hier rumkreucht und rumfleucht im Internet, ja? Ich bin wirklich massiv enttäuscht von euch. Ich bin massiv enttäuscht von euch. Das ist das erste Video, was ich wirklich oder wo ich mal wirklich sagen muss, wie enttäuscht ich von euch bin. Warum? Ganz einfach. Bereits am 25.04., also im April diesen Jahres, habe ich aufgrund dieser derzeitigen Corona-Mist-Situation euch dazu aufgefordert, tut etwas Gutes. Tut etwas Gutes für euch selber, tut etwas Gutes für andere. Und zwar Hashtag Drei-Stimmen-Song-Challenge. Die habe ich dann ins Leben gerufen, habe euch aufgefordert. Trellert Lieder. Vielleicht seid ihr ja begabt, was das Ding angeht. Ich bin es nicht. Ich habe es trotzdem vorgelegt und habe gesagt, hier, pass auf, ich möchte einen Unterhaltungswert bieten. Und wenn ihr mich halt eben auslacht, dann ist das halt eben so. Aber ich schaffe es, ein paar Minuten euch aus dieser aktuellen Situation rauszuholen, wo ihr zu Hause seid. Ihr nun Masken tragen müsst. Weihnachten wird anders. Silvester wird anders. Alles wird anders dieses Jahr. Und deswegen habe ich euch aufgefordert, mich dabei zu unterstützen, den Unterhaltungswert ein wenig nach oben zu treiben. Das ist das, was gerade zählt. Die Leute hängen nur noch zu Hause rum. Die werden immer depressiver. Sie werden krank. Sie kriegen schlechte Laune. Ihnen geht es nicht gut. Was hilft da besser, als mal ein bisschen zu lächeln. Und es gibt noch ein Wundermittel. Ja, es gibt wirklich ein Wundermittel. Da kommt kein Impfstoff oder irgendwas gegen an. Und das ist Musik. Wir sind alle mit Musik groß geworden. Alle. Alle, wie wir da sind, sind wir mit Musik groß geworden. Wir haben Lieblingssongs, die wir immer mittrellern. Ob unter der Dusche oder wenn wir uns unbeobachtet fühlen. Ja, okay. Und ich habe euch aufgefordert, macht eure Kamera an. Nehmt teil an der Drei-Stimmen-Song-Challenge. Singt einen Song in drei verschiedenen Stimmlagen. Wie? Ist doch vollkommen egal. Ob ihr es nachquatscht, nachrappt, nachgrunzt, singt Soul-Sänger. Vollkommen Banane. Aber helft mit, den Leuten ein bisschen Unterhaltungswert zu geben. Das ist das Einzige, was derzeit funktioniert, um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Um von diesen ganzen schlechten Sachen, die um uns herum passieren, abzulenken. Und da das anscheinend nicht direkt genug war. Ich zeige es euch gleich gerne nochmal. Ja? Womit ich das vorgelegt habe. Das gucken wir uns gleich zusammen an. Aber jetzt, an dieser Stelle nominiere ich drei Personen, an der Drei-Stimmen-Song-Challenge teilzunehmen. Und zwar, als erstes, HSV Elvis. Digga, Michi. Seht zu. Tu den Leuten was Gutes. Mach mit. Als zweites, Lotto King Karl. Digga, du kannst singen, Alter. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Du schaffst es, Stimmung zu machen. Und als drittes, und das ist so eine persönliche Huldigung. Weil, ihr werdet es gleich sehen, ich habe die Drei-Stimmen-Song-Challenge für mich persönlich gecovert mit einem Song von Marius Müller-Westernhagen. Werde ich natürlich auch den geilsten deutschen Rocker überhaupt, den es jemals gegeben hat, ebenfalls nominieren. Euch drei, macht mit. Helft den Leuten aus diesen depressiven Phasen rauszukommen. Helft den Leuten ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zu kriegen. Was ist daran so schwer? Leute, und ich möchte auch die gesamte Sivi-Community hier jetzt auffordern, macht mit. Und um das Ganze vielleicht noch ein bisschen anzufüttern, ihr seht es schon hier auf der Seite, meine Facebook-Seite. Ja? Nehmt die Songs auf. Hier ist meine Facebook-Seite. Das war mein YouTube-Kanal. Nehmt die Songs auf. Trellert drauf los. Gebt Gas. Verlinkt mich in euren Videos. Schickt mir die Links per privater Nachricht, ob über meine Facebook-Seite, ob über meinen Instagram-Account, der unterstrich Sivi, oder halt hier eben in den Kommentaren unter diesem Video, unter diesem Stream hier, bei der Sivi auf YouTube. Und ich werde dann folgendes machen. Ich werde auf diese Videos reacten. Das heißt, egal wie gut, egal wie schlecht, egal wie talentiert oder untalentiert ihr singt, aus eurer Sicht. Es kann sein, dass ihr selber sagt, nein, ihr seid total untalentiert, ihr könnt überhaupt gar nicht singen. Aber andere sagen dann, ey, das ist geil. Und wenn man den Leuten nur ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dass sie nur kurz für ein, zwei, drei Minuten einfach mal diese ganze Last, diese ganze Last, die derzeit vorliegt hier, bei uns allen, bei allen Bundesbürgern hier in Deutschland, abwerfen können und ein Lächeln ins Gesicht kriegen, dann habt ihr gewonnen. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Leute, ich hab's vorgemacht. Ich hab mich zum Lachsen gemacht. Bitte macht es auch. Ich reakte dann auf eure Videos. Schickt sie mir per privater Nachricht per E-Mail oder schreibt sie in die Kommentare. Und ich werde dann in Zukunft jetzt auf eure Hashtag 3 Stimmen Song Challenge Videos reacten. Und werde diese bewerten und werde dann auch etwas dazu sagen. Dann machen wir es halt eben so. Und wenn ihr euch nicht traut, euch eine Kamera in die Hand zu nehmen, dann nehmt es als Ton, als Sprachnachricht, als Audio auf und ladet es so hoch. Aber ehrlich, Freunde, ob bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, ist vollkommen egal, wo ihr es hochladet. Aber ehrlich, Leute, helft bitte mit, diese depressiven Phasen bei den Menschen, die entsteht, insbesondere bei den Menschen, die sowieso schon psychisch vorher krank sind und jetzt wirklich sehr leiden, denen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber euch dreien, ja, Elvis HSV, Lotto King Karl und Marius Müller-Westernhagen. Also ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ihr als Entertainer, als Musiker, dass ihr einen Unterhaltungswert bietet. Hashtag 3 Stimmen Song Challenge. Und jetzt gucken wir uns das an, damit ich nicht alles wiederholen muss, was ich schon im April diesen Jahres gesagt habe dazu. Schaut es euch mit mir zusammen an, hört es euch an, macht euch gerne über meinen Gesang lustig oder was auch immer. Aber macht mit. Im Sinne aller anderen der Gemeinschaft. Also in diesem Sinne zuhören. Jetzt sofort. Und kleiner Hinweis noch am Rande. Unterstützt mich gerne, die Stimme ein bisschen höher zu machen. Elvis HSV, Lotto King Karl und auch Marius Müller-Westernhagen würden sich bestimmt sehr darüber freuen, wenn ihr ihnen den Hinweis gebt, dass sie doch bitte an dieser Challenge mitmachen sollen. Ihr versteht, was ich meine. Moin, meine Herzen allerliebsten Freunde. Und ihr macht auch mit. Aus dem hohen Norden ein großes Moin überall hin, wo ihr auch gerade seid und wo ihr gerade zuhört oder zuschaut. Und zwar, ihr kennt mich ja. Ich treller ja gerne mal im Auto vor mich hin und singe mal so ein bisschen. Und jetzt habe ich mir gedacht, gerade zu der Zeit, wo ja alle größtenteils zuhause sitzen oder nur in ihren Autos sitzen, machen wir eine 3-Song. Es gibt keinen Einsendeeinschluss. 3-Song-Challenge. Man kann das Ding machen. Einsende-Schluss. Und zwar gibt es nicht. Einfach machen. Das finde ich ist eine ganz geile Idee. Wer von euch Nehmt das hier jetzt einfach als Vorlage. Als Beispiel. Macht euch gerne drüber lustig. Aber dann schaffe ich es auch, euch jetzt vielleicht mal ein Lächeln ins Gesicht zu schaubern. Dasselbe könnt ihr auch. Die Macht des Internets sozusagen. Einmal mit meiner normalen Stimme. Dann einmal in der Westerhagen-Sivi-Blues-Stimme sozusagen und dann voll auf den Schädel rein in die Ohren geprügelt in der Oldschool-Hardcore-Version. Ihr könnt ja am Ende dann, hört es euch bis zum Ende an, alle drei Songs. Könnt ihr unten in die Kommentare mal reinschreiben, welche Version euch am besten gefallen hat. Also legen wir los. Jetzt kommt erst mal die normale Sivi-Stimme. Ihr bringt mich oben, wisst ihr was? Godfather of Rock'n'Roll hier. Marius Müller-Westernagel. Ich weiß nicht, dass ich sie werde. Danke. Ihr seid wahnsinnig, wahnsinnig. Denkt dran. Teilt den Leuten das mit, dass sie mitmachen sollen. Die drei habe ich nominiert. Elvis HSV, Lotto King Karl, Marius Müller-Westernagel. Macht mit, Freunde. Es tut den Leuten nicht. Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frau. Ich brauche kein Ferrari, kein Bad mit Schaum. Ich brauche auch kein Schloss und kein Sonnenschein. Ich muss auch kein Rock'n'Roll-Star sein. Nee, ich brauche kein Whisky und kein Kokain. Aber geiler ist schon, als in der Gosse zu liegen. Ich kann mit dir leben. Ich kann mit dir leben. In einem Zimmer mit nem Klo überm Hof und ne Menge Kummer. Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien. Wenn deine Mutter nicht schimpft. Ich bin schuld, sei ich allein. Es macht mir nichts aus. Wieder arbeitslos. Aber geiler ist schon, wir hätten viel Moos. Doch glaub an mich, Schatz, wenn ich in die Seiten dresche. Ich sing dem Blues und du machst die Wäsche. Hab mit mir Geduld. Ich schreib reinen Hit. Und wenn ich das bringe, dann nehm ich dich mit. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns mal. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns mal. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns mal. Lecken. So, und jetzt in der Westernhagen-Sivi-Blues-Stimme mit der Westernhagen-Sivi-Blues-Stimme. Ich trink mich auch ein bisschen was. Mal erst mal umdenken. Ich wäre enttäuscht, wenn ich so wäre. Danke. Ihr seid wahnsinnig, wahnsinnig. Aber das Brett kommt zum Schluss. Rollstuhl-Arcour. Nichts was uns freundet. Ich brauche kein Geld. Ich brauche keine Frau. Ich brauche kein Ferrari. Kein Bad mit Schau. Ich brauche kein Schloss. Ich brauche kein Sonnenschein. Ich brauche kein Whisky. Kein Kokain. Aber geiler ist schon, als in der Gosse zu liegen. Ich kann mit dir leben. Ich kann mit dir leben. In einem Zimmer. Mit nem Klo überm Hof. Und ne Menge Kummer. Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien. Wenn deine Mutter mich schreien. Schuld sei ich allein. Es macht mir nichts aus. Wieder arbeitslos. Aber geiler ist schon. Wir hätten viel Moos. Doch glaub an mich, Schatz. Wenn ich in die Seiten dresche. Ich sing den Blues. Und du machst die Wäsche. Hab mit mir Geduld. Ich schreib einen Hit. Und wenn ich das bringe. Dann nehm ich dich mit. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns wollen. Drei Stimmen Song Challenge. Dreimal den selben Song. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns wollen. Mit unterschiedlichen Stimmlagen. Ihr seid gefragt, Freunde. Helft den Leuten da draußen. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns wollen. Lecken. Und jetzt kommt das Brett. Die Oldschool Hardcore Version. Das Brett. Und danach bin ich heißer. Ihr bringt mich oben, wisst ihr das? Jetzt kommt die Oldschool Hardcore Version. Aber ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Danke. Ihr seid wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich brauche kein Geld. Ich brauche keine Fahne. Ich brauche kein Verracht. Ich brauche kein Geld. 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 Und eure Mutter ist schick, schau'n zu euch so laut. Kommt mir das laut, wieder um uns los. Wo wir gerade ein Schum, wir hätten verraus. Boah, ist schon lange her. Knappe mich jetzt mit dem Sand, der Schiff, wir stehen bloß. Und du warst immer schön, aber wir sind ungestreut bei uns. Und wir sind ganz bereit, und er wird euch mit. Degueu ich sch Kimmel, sch acidic, half Samuel. Wir werden uns schon wünschen können. Musik Degueu ich sch TIAL, Schauspiel, sch Dominos! ja das war die drei stimmen song challenge von dem oder mit dem song marius müller westernhagen der song geiler ist schon und ich weiß nicht ob ihr jetzt so was auch mal machen wollt ihr müsst ja nicht diese stimmlagen nehmen das ist das was mir jetzt so ad hoc ganz spontan eingefallen ist ihr könnt es auch irgendwie anders machen melodisch gerab oder was auch immer wenn ihr sowas macht ladet die videos einfach bei igtv hoch bei youtube oder bei facebook oder sonst wo und verlinkt mich da drin das würde mich wirklich wirklich sehr interessieren brennend interessieren also freunde legt los hashtag drei stimmen song challenge und da bin ich mal gespannt ihr schreibt mal unten in die kommentare welche version hier jetzt am geilsten fandet und dann könnt ihr mir auch gerne in die kommentare reinschreiben welche songs ihr gerne mal hören möchte mit drei verschiedenen stimmlagen also bist dann haut rein ich bin gespannt was so von euch zurückkommen euer sie so auftrag erkannt wie bei der bundeswehr auftrag erkannt wird durchgeführt also freunde es geht darum in der derzeitigen zeit die aktuelle corona mist pandemie lage die leute sitzen zu hause sie werden nicht ausreichend unterhalten die depression die steigen immer mehr psychische vorerkrankungen werden immer schlimmer zaubert den leuten ein lächeln ins gesicht macht mit bei der drei stimmen song challenge hashtag drei stimmen song challenge drei leute habe ich nominiert ihr habt es mitbekommen am anfang und ich zähle auf euch macht mit lasst uns gemeinsam die aktuelle zeit ja humorvoll überstehen durchstehen indem wir einfach für einen bestimmten unterhaltungswert sorgen weil das ist das was die leute meistens zum lächeln bringen oder was meint ihr schreibt eure meinung unten in die kommentare würde mich brennt interessieren eure videos die ihr irgendwo hochladet egal wo schickt mir die links zu den videos gerne per facebook privater nachricht per e mail an nachricht der sie wie die über mein instagram account also hier facebook über instagram der unterstrich sie wie oder halt eben hier in die kommentare unter dieses video denkt dran drei leute habe ich nominiert elvis hsv lotto king karl marius müller westenhagen helft mir dabei den mitzuteilen dass sie bitte mitmachen sollen bei der drei stimmen song challenge und ihr selber seid auch aufgefordert ich würde mich tierisch rüber freuen wenn jetzt machen würde und ich weiß dass einige von euch mitmachen werden und warum weil ihr die geilste community seid die es überhaupt gibt in diesem sinne haut rein ich freue mich schon auf eure drei stimmen song challenge videos reakten zu dürfen also bis denn oh ja